Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wird es ein bisschen aufregender für alle meine Hautpflege-Liebhaberinnen und Liebhaber. Ich wollte heute mit euch ausschließlich über meine Hautpflegeroutine sprechen, denn ich glaube, dass sich da das ein oder andere Geheimnis von meiner Seite aus noch verbirgt und vor allen Dingen viele, viele Fragen von euch. Deswegen freue ich mich, dass ich heute die neue Luna 4 vorstellen darf. Ihr habt sie mit Sicherheit schon bei mir gesehen. Das ist meine Geheimwaffe für wirklich so viele verschiedene Anwendungen. Und heute wollte ich euch einfach zeigen, warum ich auf dieses Produkt schwöre. Und ich hoffe, ihr habt darauf Lust und ich freue mich, euch eine kleine Langzeiterfahrungs-Review zu dem Produkt zu geben. Falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Maxim. Ich teste sehr, sehr viele verschiedene Pflegeprodukte und Make-up-Produkte hier auf meinem YouTube-Kanal und habe aber seit mehreren Jahren nur noch Foreo-Tools für mich in meiner technischen Hautpflegeroutine. Und heute will ich euch die neue Luna 4 vorstellen. Es gibt verschiedene Versionen davon, die genau abgestimmt auf eure Haut ist. Ich habe hier einmal den für Combination Skin für Mischhaut. Es gibt selbstverständlich aber auch noch eine für sensitive Haut und eine für ausgeglichene Haut. Schaut da also gerne vorbei. Es gibt für jede Haut das richtige Tool. Heute will ich euch aber ein bisschen mehr über die Technik dahinter erzählen und warum das ein Game-Changer für eure Haut auch sein kann. Und ich weiß, dass das ein paar Euro mehr kostet, aber ich will euch davon überzeugen, dass das wirklich gut angelegtes Geld ist. Weil ich weiß, dass dieses Schätzchen eure Haut wirklich ändern wird. Und das von einem kleinen Gerät ist wirklich beachtenswert. Und deswegen dachte ich mir, beantworte ich eure Fragen und zeige euch das Produkt ganz genau. Das ist die neue Luna 4. Sie ist deutlich weicher und sanfter zur Haut. Aber ihr habt hier die Möglichkeit, aus drei verschiedenen Reinigungsmodi ganz individuell für euch zu entscheiden. Beispielsweise eine etwas sanftere Reinigung, eine normale Reinigung und eine Poren-Tiefe-Tiefenreinigung. Je nachdem, welches Bedürfnis eure Haut gerade hat. Die Kombination aus den Touchpoints, wie diese kleinen Schätzchen hier vorne genannt werden, und den T-Sonic-Pulsation lösen 99% der Verschmutzung auf eurer Haut. Durch die Kombination aus den Touchpoints und der Pulsation habt ihr wirklich diese Tiefenreinigung und ihr werdet direkt nach der ersten Anwendung, und das ist das, was mich damals sofort überzeugt hat, sofort einen Unterschied merken. Eure Haut ist direkt nach der ersten Anwendung sauber, aber nicht dieses gestrippte Gefühl, dass eure Haut so spannend und sich so erschöpft anfühlt, sondern weich, gepflegt und ganz, ganz zart. Viele, viele Fragen kamen auf. Was ist der Unterschied zu anderen Produkten, die ähnlich aufgebaut sind? Ganz, 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 ganz wichtig. Erstmal, ihr habt eine App-Steuerung, da komme ich gleich zu, aber vor allen Dingen habt ihr hier ein Produkt aus Silikon. Silikon ist bakterienresistent und antibakteriell, sodass sich hier keine Bakterien sammeln und ihr neue Bakterien in die Haut bringt, im Gegensatz zu den sehr, sehr günstigen Produkten, die aus Nylon bestehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Und ich weiß, das klingt erstmal immer ein bisschen plastisch und man kann sich das nicht vorstellen, aber wenn ihr mikroskopisch daran geht, dann ist das der wichtigste Unterschied. Ihr wollt eure Haut pflegen und nicht immer wieder, jeden Tag, zweimal am Tag verschmutzen. Größer und wichtigster Unterschied, hochwertiges Produkt im Vergleich zu günstigeren. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, das Produkt hat zwei verschiedene Seiten. Wir haben vorne einmal die Seite mit den Silikon-Touchpoints und wir haben hier hinten eine andere Seite, die ihr perfekt für Massage nutzen könnt. Ich habe einmal mein Handy und die App und verbinde das Gerät jetzt, damit ich euch die verschiedenen Massagefunktionen zeigen kann. Ihr kennt es wahrscheinlich selber, vielleicht auch nicht. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich abends natürlich mein Gesicht reinigen will. Dafür benutze ich die vordere Seite, zeige ich euch gleich. Morgens ist mein Gesicht meistens ein bisschen puffy. Ich schlafe auf dem Bauch, ich drücke mein Gesicht so ins Kissen und dadurch schwillt es immer so ein bisschen an. Da brauche ich natürlich etwas, was mir hilft, das Ganze wieder so ein bisschen in die Form zu kriegen, die ich eigentlich habe. Und dafür hilft mir das Gerät immer ganz verlässlich. Deswegen gehe ich jetzt in der App auf Massage starten und dort könnt ihr entweder selbst die Modi auswählen. Ihr könnt zwischen 16 verschiedenen T-Sonic-Pulsationen wählen und ihr könnt ein Massagemuster auswählen. Ihr könnt es hier sehen. Einmal Tiefengewebe-Massage. Ich verwende Tiefendruck, der langsam in die Haut geht und ist gut für Verspannungen. Beispielsweise, wenn ihr hier am Kiefer Verspannungen habt, wenn ihr beispielsweise knirscht. Wir haben die Lymphdrainage-Massage, die hilft, die Lymphflüssigkeit zu massieren. Auch da könnt ihr verschiedene Techniken anwenden. Die Triggerpunkt-Massage, die Scherzum-Massage und die Reflexzonen-Massage. Ich werde heute die Tiefen-Massage benutzen und drücke auf Start. Ihr habt natürlich auch die Spiegelfunktion. Das heißt, wenn ihr keinen Spiegel zur Hand habt, könnt ihr einfach euer Handy nehmen und es direkt an euer Gesicht halten. Und dann einfach mit der Massage arbeiten. Und ihr könnt es vielleicht im Mikrofon hören. Es gibt verschiedene Massage-Muster. Ich wähle jetzt mal noch ein anderes aus. Die Scherzum-Massage beispielsweise. Die fällt immer so ein bisschen ab. Und hat einen ganz, ganz anderen Effekt. Und das Schöne bei den T-Sonic-Pulsationen ist, dass ihr wirklich einen Effekt in der Haut merkt. Das T in T-Sonic steht für Transdermal. Das heißt, die Pulsation geht wirklich tief in die Haut und löst dadurch dann auch beispielsweise die Verspannungen oder regt die Lymphdrainage an. Und das Beste ist, das hält Ewigkeiten. Es ist natürlich wasserfest. Ihr habt mit einer Ladung 600 Anwendungen. Ich habe die Luna 4, die ich hier habe, noch nie aufgeladen. Noch nie. Und das ist wirklich etwas, wo ich sage, ich weiß nicht, wie sie das schaffen, aber es hält. Es hält Ewigkeiten. Ihr habt die Massage-Funktion gesehen. Jetzt möchte ich natürlich euch auch die Reinigung demonstrieren. Denn ich glaube, das ist die, die für uns am wichtigsten ist. Auch dafür habe ich wieder mein Handy und zeige euch, wie ich das Ganze mache. Dafür will ich Reinigung starten in der App. Ihr braucht die App nicht. Ihr könnt das Ganze auch natürlich manuell hier hinten auswählen. Beispielsweise die sensitive, die normale oder die tiefen Reinigung. Heute gehe ich einfach mit der regulären Reinigung lang, die über die App und benutze dafür einen Reinigungsschaum. Ihr könnt natürlich euren Cleanser benutzen. Und ihr seht es direkt hier in der App. Das Gerät führt euch wirklich durch. Ihr könnt das Ganze natürlich auch so ein bisschen anpassen. Hier sagt er mir jetzt auf der Stirn die Intensität der Pulsation 8 für 15 Sekunden. Und ich drücke jetzt einfach mal starten. Ihr könnt es direkt hören. Ich gehe jetzt einfach über meine Stirn. Und das ist super, super sanft. Der Countdown läuft runter. Und ihr werdet am Ende sehen, dass eure Haut extrem weich ist und nicht so mitgenommen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Jetzt gehen wir auf die Seite. In kreisenden Bewegungen. Hier schön so ein bisschen lang. Ihr könnt das Ganze natürlich unten jetzt auch anpassen. Wenn ihr sagt, okay, heute wollt ihr ein bisschen sensitiver sein. Gehen wir mal auf sensitiv. Dann wird das Ganze ein bisschen leichter. Da zeigt er mir dann den sanften Modus an. Wir gehen jetzt mal auf die Tiefenreinigung. Und dann wird die Pulsation wesentlich stärker. Geht dann auf Stärke 13. Und so gehe ich jeden Abend über mein Gesicht lang. Und das Schöne an dem Gerät ist, dass die Haut danach ganz zart ist. Also ihr habt nicht dieses gestripte Gefühl, sondern die Haut fühlt sich wirklich schön an und gut durchblutet auch. Aber nicht gereizt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Ihr kennt mich. Sobald ich mich anfasse mit Creme oder so, wird meine Haut sofort rot. Ihr habt es gesehen. Es ist kein Schnitt drin gewesen. Ich habe keine extrem stärkere Rötung, die jetzt dadurch verursacht wurde. Übrigens, es gibt noch weitere Produkte aus der neuen Luna 4 Kollektion. Beispielsweise haben wir die neue Luna 4 Mini für einen 30 Sekunden Glow Boost. Des Weiteren gibt es die Luna 4 Go. Die ist perfekt für unterwegs, wenn ihr auch im Fitnessstudio oder auf Reisen nicht auf die Reinigung und Massagefunktionen mit eurer Luna 4 verzichten wollt. Übrigens gibt es auch die Luna 4 Man. Die ist wie die Luna 4, aber mit einer speziellen Oberfläche für besonders dicke Männerhaut mit Bart. Und die Luna 4 Body, so müsst ihr auch nicht unter der Dusche auf eure Reinigung und Massage verzichten. Viele Fragen habe ich während des Videos für euch schon beantwortet. Beispielsweise, wie man die Massageseite korrekt benutzt oder was der Unterschied zu günstigen Alternativen ohne Strom ist. Der Vorteil hiermit ist ganz klar, durch diese T-Sonic Pulsation könnt ihr viel, viel besser mit eurer Haut arbeiten als mit einer manuellen Bürste. Hier arbeiten die T-Sonic Pulsationen mit eurer Haut, reinigen es und gehen wirklich tiefer in die einzelnen Hautschichten rein. Regen den Lymphfluss an, ihr habt die Massagefunktion. Und auch gerade morgens beispielsweise ist es für mich etwas, worauf ich nicht verzichten möchte. Wenn ich das Gerät jetzt 2-3 Minuten auf meiner rechten Gesichtshälfte anwende, dann werdet ihr optisch auch einen Unterschied sehen, weil das Gesicht sofort gestrafft und nicht mehr so puffy ist. Und langfristig sorgt ihr dafür, dass eure Haut besser wird, ihr habt eine reinere Haut, eure Haut regeneriert sich schneller und ihr habt ein wundervolles Ergebnis. Das Gerät entfernt 99% aller Rückstände und ich möchte darauf wirklich nicht mehr verzichten. Schaut euch gerne noch andere Reviews an, lest euch noch so ein bisschen durch, weil ich glaube, dass man sehr, sehr viel von diesem Gerät lernen kann. Und durch die Steuerung der App habt ihr immer das individuellste Ergebnis, aber ein professionelles Ergebnis. Und gerade wenn ihr sagt, okay, ihr seid vielleicht Mama oder Papa und ihr habt keine Zeit, einmal die Woche in ein Kosmetiksalon zu gehen. Mit diesem Gerät könnt ihr euch den Kosmetiksalon nach Hause holen. Eine Reinigung, eine Massage und verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, die euch wirklich beruhigend durch die App führen. Ich hoffe, ich konnte einige Fragen von euch hier dazu beantworten. Ich schreibe euch natürlich alle Informationen auch nochmal in die Infobox und wo ihr das Produkt bekommen könnt. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte sie euch alle gerne und würde vorschlagen, dass wir uns ganz bald hier wiedersehen. Passt auf euch auf!